Drake weiß, wo Checkknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt es nur so von Kopf. Du kannst den Kanälen bis nach Hempentown folgen. Hallo? So. Ja, da bin ich wieder. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo lang wir müssen. Wir müssen da lang. Ja, müssen wir. So, zack, zack, zack. Hochklettern. Und jetzt da ranspringen. Irgendwie erinnert mich das gerade hier diese Perspektive so ein bisschen Spider-Man. So ein kleines bisschen. Na ja. So. Hä, ich kapiere das gerade irgendwie nicht. Wo müssen wir denn jetzt? Müssen wir irgendwie... Ach so, ja. Genau. So. Äh... Die Bullen verfolgen mich jetzt. Ich muss jetzt, glaube ich... Äh... Hier lang? Oh, scheiße. Ja, ich muss... Nee, hier lang. Wusste ich doch. Jetzt schießen sie auch schon los. Ups. Ja, das mit den roten Koffern darfst du erstmal sein. Weil hier auf dieser Seite irgendwo... Ist auch noch ein Koffer, aber... Ja, wie gesagt, wir lassen das sein. Boah, schade. So, wenn es mal hier so ein Zeichen kommt, ist, äh... So ein Koffer da in der Nähe. Boah. Ja, hier. Ups. Jetzt habe ich einen. Jetzt leckt das. Ja, eins von drei. So. Boah, noch ein weiter Weg bis da hinten hin. So. Wie noch hinter uns? Ja, da hinten ist ein Gammeltypi. Ups. So. Der scheiß Umschrauber, ey. Der hält mich gerade richtig auf. So. Ach, ich habe gerade noch jetzt. Ah, hier dann. Okay. Hier eine Maus. Oder eine Ratte. Keine Ahnung. So, ähm... Jetzt muss ich... Ups. Da unten. Hä? Ach so, zudrehen. Damit hier... Hier das Gas hier nicht... lang spritzt. Ah. So, jetzt müssen wir da hoch. So. Ja, unsere Aufgabe ist jetzt... Erstmal Kate zu retten. Also unsere Schwester. Äh, das werden wir auch tun. Ups. So. Ja, wie gesagt, das werden wir auch tun. Und sie sucht halt so einen Weg. Irgendwohin. Ups. Jetzt habe ich vergessen. Genau. Wir haben dich eingekettelt. Du musst die Kanalisation erreichen. Oh, so runterspringen glaube ich nicht, oder? Oder schaffe ich es ein bisschen? Nein. Im Leben. Ach so, da hinten lang. Ja, stimmt ja. Da oben. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Äh, nehme ich mal hier... Ich hätte das mal hier hoch. Jawohl, hier ist es jetzt schon. Ups, jetzt. Hä? Ach so. So, jetzt habe ich es geschafft. Äh, aber ich weiß nicht, es wird es nicht wo lang. Ach, ich kann das keine zu verfallen. Die wollen anders aufmachen. Nein. Ja, das hört mich wirklich so ein bisschen an... Ups. Der hat jetzt bin ich tot. Ja, das hört mich wirklich so ein bisschen an... ...Spiderman. Ja, nicht jetzt. So. Äh, aber auch jetzt nicht so lang zu laufen, können wir auch so machen. So. Boah, ich muss ja voll. So, sag. So. Der Vogel sieht aus. Ups, hä? Was war denn das? Oh, Mann. So, da bin ich wieder. Ja, ähm, ich muss so kurz einen Cup machen, weil ich mehrmals gestorben bin. Das ist echt ziemlich blöd. So, mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Jawohl. So, runterrutschen hier. Ups, jetzt bin ich zwei runtergerutscht. Ja, so. Zack. 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 So, hier auch unterrutschen oder was? Ja, Mensch. Ich kann echt nicht sehen. Ach so. So, jetzt hier ran springen. So, ich kann echt nicht sehen. Ja, ich glaube, die Bullen kriegen und sowieso nicht, weil wir jetzt ziemlich weit unten sind. Und, ja. Ja, na gut, ich muss da lang. Welche Richtung soll ich jetzt nehmen? Ich nehme mal die Richtung hier. Äh, ja. Hä, muss ich jetzt hier hoch? Oder muss ich hier irgendwas aktivieren? Nee, ich muss hier hoch. Stimmt ja. Oh, komm. Mal hacken. So. Äh. Ach ja. Oh, Mann. Nein. Oh, schade, echt. So, äh. Ja, hier bin ich ja genau. Ja, ich muss das ja aktivieren. So, jetzt geht das Tor da oben auf. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen hacken machen. Weil, das geht auch wieder zu. So, danke schön. Und, zack, ich bin ruhig. Jetzt. Ach, du Kacke, wie soll ich da rangehen? Haha. So. Jetzt. Jetzt. Ja. Hier lang. Zack. Und. Das hier noch aktivieren. Das ist jetzt hier. Für das hier. Ja. Eigentlich müsste das hier aufgehen. Ist das irgendwie ein Fehler? Oh, Mann. Geht doch. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Nein, wie kommen sie jetzt? Gleich irgendwo. Am besten wir achten nicht drauf und machen uns mal schnell auf den Weg. So. Zack, hier hoch. Balancieren. Los, weiter. Glaub bloß nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Hier kommt gerade was durch. Echt? Wir haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Gut, jetzt haben sie da hinten Scharfschützen. Ach du Scheiße. Das ist überhaupt nicht gut. So, hier hoch. Das ist echt ein weiter Weg. Äh, ja, da sind sie auch schon mit dem Laser. Das sind die Gammelscharfschützen. Ich habe da auch schon eine Idee. So, ich bin fast gestorben. Ach du Kacke. Die haben es echt drauf. So. Ja, gut, da ist schon einer. Zack, tot. Jetzt habe ich die Scharfschütze hier. Ups, nein, nicht wegwerfen. Mensch. Oh. Nein. Ich muss jetzt noch mal warten. Ach, auf F zoomt, man. Ja, ich muss jetzt kurz noch mal warten, bis ich hier... So, zack. So, zack. Jetzt kann ich das Ding wegwerfen. So, ja, jetzt sind alle Sniper tot. Also alle Scharfschützen und ich kann mich weiter auf den Weg machen, da. Zack. Zack. So. Ja, jetzt war ich ein bisschen zu cool. Ups, ähm, ja. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht... Ja, gut. Ich dachte schon, ich muss das von vorne machen. So. Zack. So. Zack. Jetzt muss ich noch mal hier hoch. Oh, Mann, oh, Mann. So. Zack. Zack. So. Jetzt sind die, glaube ich, auch schon... Oh, ich will gerade da runterjumpen. Oh, das wäre echt knapp. Boah, boah, das sind echt hier 50 Meter oder so. Also, ich habe keinen Bock, hier runterzufliegen. Ja, jetzt kann ich hier hoch. Zack. So. Kann ich hier lang, mal lang... Ups. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man ein bisschen zu cool ist. Ähm, ich wollte eigentlich da... ...unter. Ja, da sind sie auch schon. Sie sind drin, los, raus, da fehlt. Ja, die suchen mich gerade. Aber die kriegen mich nicht. Boah, jetzt haben sie mich. Ach, du kannst nicht. Ah, hier. Boah, ich habe mich gar nicht erschrocken, dass ich viel nicht mehr aufgieße. Dann wäre ich ziemlich am Arsch. Äh, so. Ja, jetzt komme ich nicht mehr. Ah, hier. Oh, Mann. So. Zack. Jawohl. Ja. Jetzt haben wir es geschafft. So. Und... Ja, wo muss ich mir lang? Boah. Hä? Gibt es irgendwie keinen Knopf oder sowas? Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier runter müssen. Ne, glaube ich nicht. Na gut, ich versuche es einfach mal. Boah, habe ich gerade noch so geschafft, ist es, boah, also müssen wir doch noch hier runter. Zack, die Kürze aufgemacht. So. Ja, jetzt bin ich wieder hier, ups, da draußen. Ja, jetzt bin ich wieder hier, ups, da draußen. Ja, Leute, ähm, ich mache mal hier einen Cut und wir sehen uns gleich beim nächsten, ja, beim nächsten Part, sage ich es mal so. Und dann bis gleich. Haut rein. Okay. Ja, wir sehen uns gleich einmal.